Hallo zu meinem 30. Let's Play. Wir sind hier stehen geblieben und sind dabei Kohle abzubauen. Weil hier so viel ist, haben wir uns schon gefreut. Das ganze Freuen haben wir schon erledigt. Wir dürfen nur vor lauter Freuen die Orientierung nicht verlieren. Ich möchte auch noch gerne erkunden dieses Dings, wo ich Eisenbarren gefunden habe. Die sind noch im Inventor. Zack. So, das reicht erstmal eindeutig mit Kohle. Die können wir irgendwo noch weiter wollen. Muss halt alles durchsuchen, dann findet man irgendwann alles. So, ich ziehe gerade quer durch. Oh, ähm... Ich glaube hier lang. Ah ja, hier sind die. Puh, das wird immer mehr zum Verirren. Da hab ich noch was gesehen. Oh, Fackeln gehen uns bald aus. Das ist nicht gut. Da muss ich eigentlich noch hier lang Eingang spaß. Ja jetzt auch noch Exp... Ich werde mir jetzt auf Expedition gehen. Wo die schicke Box war. haben wir die jetzt schon abgebaut? Ne, hier war die... Ach ja, hier war auch noch... Okay, hier ist er jetzt echt. Boah. Das ist krass, ich hab grad kein gutes Gefühl. Mein Gefühl sagt mir auch. Geh langsamer lieber wieder raus hier. Okay, hier ist noch was Schönes. Da, da... 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 Gut, hier ist schon wieder so ein Gang. Da... Ah... Zäuner haben wir ja auch reichlich... Zäuner haben wir ja auch reichlich... Zäuner haben wir ja auch reichlich... Okay, hier ist... Das ist unsere Sache, da muss man nicht hin. Das kann ich irgendwann auch mal machen. Auf keinen Fall jetzt. Jetzt... Jetzt erst recht nicht. Hier war doch irgendwas interessantes. Das ist... Die sind. Wenn du zäuner bist... Ja? Das kommt. Das ist gut. Das ist gut. Aber was du mache ich... Zäuner haben. Das ist gut. Ligd da meit weg. Ligd. 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 Ich freue mich ewig die Abzugung und furchtbar die Nerven. Ich würde mal das Wasser gerne wegbekommen. Ich habe hier keine Fackeln mehr. Ich gehe mal zurück, hole Fackeln. Dann geht es hier mal weiter. Stimmt, ich muss auch dringend mal wieder zum Inventar. Ich war ja fleißig. Ich weiß ja immer, überall wo Fackeln sind, weiß ich den Weg. Da muss ich höchstens mal länger suchen oder es irgendwie anfangen zu markieren. Boah, war ich fleißig. Nur die Arme an den Nummer nicht. Oh, ich habe aber eine Idee, da wo vorne Lava war. Aber die Eisenbahn, die Milon, die Schiene. Na gut, Schienen haben wir hier echt genug. Da muss man uns nur irgendwann oder wo mal eine Lore zusammenbasteln. Dann können wir die auch gut gebrauchen. Gut, dann bis zum nächsten Mal.